Hallo, hier ist Ronja und wir spielen heute How to become a small kid Wir spielen heute Highschool 1 Wir haben ja davor immer den zweiten Teil gespielt Ich glaube der ist ein bisschen anders hier Aber das Prinzip ist ähnlich Zusammen mit Flo und mit Topps Und der hat den weirden Skin Der Polizist Ey mit dem Schiff kannst du schneller laufen Ja okay, ich bin hängen gegangen Ich hab Sprint an, bei mir schau ich Ich bin geschwind wie der Wind Drück mal rechts um Bei Naturwissenschaft dann kommst du hin Okay Naturwissenschaft Warte I am the Teacher now Ich glaube es hat das In der Vergangenheit gut funktioniert für dich Hä bin ich bei euch auch so richtig Komisch grad hier Was Was Ja bei mir bist du auch so komisch Ja du sitzt bei mir in der Luft Guck mal warum ist der Typ parent Und ist kleiner als wir Und bei uns steht Kind Also Flo und ich sind Kinder Und Topps ist Lehrer Ja ich will Ich will schon Und Topps streitet sich mit dem anderen Lehrer I am teacher You are fire Girl you are fire Or are each others You teacher I am the teacher Okay Also Topps du möchtest den Unterricht leiten Ja ich will den Unterricht leiten No sagt der Typ Aber der andere möchte das nicht Und der andere sieht aus wie Ninja Ey warum bin ich eigentlich so verbuggt hier grad Ich weiß nicht wir haben keine Stühle aus irgendeinem Grund Aber du kannst dich trotzdem hinsetzen Ich wollte schon was ich machen kann So Kids Du bist ein guter Lehrer Topps Hallo Mister Keine Ahnung 3 Ey ich mach jetzt Pause Du kannst nicht Pause machen wir haben grad Naturwissenschaften Okay ich bleib da Topps wir haben Naturwissenschaften Du kannst kein Mathe machen Da kenn ich ja nichts für Das geht schlechter Unterricht hier Ich wär schlecht genug bezahlt dafür Blöder Unterricht Der andere Lehrer ist auch schon gegangen 9 plus 10 ist 21 Fragezeichen Ja Topps wir wollen schon sagen dass du gute Arbeit geleistet als Lehrer Ja ich hab das ja mal geschrieben Guck das steht hier an dem Schild Guck halt über den Spenden Guck mal Mittagessen wir haben noch ein bisschen früher Schluss gemacht Das passt schon Wir können Mittagessen ja Ich bote mich hin Und du weißt doch Gleitzeit okay das heißt Gleitzeit Du kommst später und hörst früher auf Du musst alles ausgleichen Ja das ist richtig kann man sich das nehmen Top running Topps du nimmst deine Rolle als Lehrer sehr Ich hab den Typen geschrieben die checken das nicht Okay ich hab mir ein Tablett geh Oh mein Gott guck mal dann kann ich mir Pizza nehmen Ja echt? Ja du kannst die ersten Tablett Du musst die ersten Tablett nehmen Und dann brauchst du noch ein Glas Und da kannst du dann Flüssigkeit reinfüllen Grüne, gelbe, braune oder blaue Flüssigkeit Ich nehm blaue Flüssigkeit Das sieht aus wie Wasser Ich kann dich dann ja auswählen Drück drauf Wieder Ich bin jetzt Lehrer Make a nice line Topps es steht keiner an Ich setz mich jetzt hier hin Ah guck Schön ha? So jetzt dreht sich hier ins Essen rein hier Oh nein Hey Furchtbar schlechter Lehrer Nein das Ding ist Ich hab Vitamine weißt Ich hab Vitamine Ich hab Vitamine Guck mal Aus irgendeinem Grund sind wir die einzigen drei beim Mittagessen Der Rest ist im Manta Club Wie es aussieht Okay Ey wie macht man die Dings? Warte Wie kann man denn die essen? Na ja Kann ich was machen? Was denn? Okay ich stell jetzt mein Tablett wieder weg Gibt's hier ein Tablett weg Stell Moment Dings Was? Ja hier Geh bei der Mecher nicht zum Manta Club Das gehört sich nicht Oh ja das geht Könnt ihr nicht mal anfangen irgendwie Englisch oder Deutsch zu schreiben Das ist Da schreibt keiner Ich seh gar nicht was die schreiben Hey I'm Freddy Fassbier Ist ja wohl Deutsch Englisch Guck mal Wir können aufs Riesenrad Wollen wir aufs Riesenrad? Komm Flo mit Da hinten Wir gehen aufs Riesenrad Flo mitz Sorry Tops willst du mit? Ach da Ich als Lehrer muss schließlich aufpassen Das hier Du kannst uns anschubsen Du kannst uns anschubsen Kommen wir da rein Genau Ja komm mal her Ich muss dir was zeigen Komm in meine Gondel Florian Du beeil dich Guck ich mach jetzt diesen Fortnite-Tanz Tops du bist nicht unser Elternteil Oh nein Ich muss aufpassen dass hier keinen Unfug macht Nicht dass hier irgendwie nach oben herklettert und so Mögt ihr Fortnite? Guck mal den Fortnite-Tanz Spielst du Fortnite-Tops? Epische Siegel Wie viele Siegel hast du? Ich hab keine Ahnung was da von mir will Ich gebe dich zur Adoption Guck ich hab alle Töne zu Du bist nicht unser Vater Du kannst uns nicht zur Adoption freigeben Das ist mir egal Das berate ich dann beim Elternsprechtag Guck ich Ich glaube wir müssen zur Kunst Okay ich bin der Kunstlehrer Aber in Kunst ist keiner schreien Okay aber hier gibt's Ich sehe den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Teil Der erste Teil hat tatsächlich hier Mini-Spiel Drück auf irgendeinen Namen und dann kannst du dich porten Au Aber Aber wollen wir nicht lieber in die Bäckerei? Ich glaube man kann nämlich nicht malen Das ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Teil Oh mein Gott Im ersten Teil gibt's Mini- Äh im zweiten Teil gibt's Mini-Spiele Oh 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 pass auf Ah Was machst du denn? Du hast was zu hell Oh nein Ach das Ding Ach das lol Haben wir das? Boards Ich hab kein Geld Du musst bei Boards gucken Ich will nicht Ich will lieber erkunden Scheinbar nimmt eh keiner Schule ernst Draußen gab's doch irgendwas Mini-Games mäßiges Wollt ihr da ein bisschen in die Arena kommen? Yeah Arena muss man Achso dann ist doch Schüler gegen Lehrer oder wie Er trug's trash grad richtig Ja die ganze Zeit alter Ich In die Mini-Game-Arena geh ich jetzt Oh mein Gott Warum Folgt sie mir Ich find die Mini-Game-Arena nicht gut Aber Wo bin ich denn jetzt? Ich bin woanders rausgekommen wenn ich reingegangen bin Hä? Was alt ihr? Es gibt ein paar Kinder Okay wisst ihr was? Ich bin auf dem Skatepark Ich geh jetzt zum Skatepark Oh ja den seh ich auch Nice Ich hab' gespottet Ey wie kriegt man's? Wolle oder willst du auf die Rennbahn? Flo, willst du auf die Rennbahn? Auf die Rennbahn? Du musst die Rennbahn Vielleicht können wir dann Rennen Doch Ich hab' jetzt mein Auto hier gespawnt Ah Ich fahr' jetzt mit meinem Auto in den Skatepark Ich bin jetzt in der Turnhalle Ich steh' nämlich aufs Laufband Oh mein Gott Komm mal komm mal in die Skatehalle Ich bin hier Warte Kann ich mich zu dir porten? Nee kann ich nicht Kann ich nicht Ich versteh' das Konzept nicht ganz Ist egal Ronja Ich glaub die Die das wir gemacht haben verstehen's auch nicht Okay Okay Everyone Two Tops sind seine Rolle Sehr Ernst Deine Backups Deine Backups Deine Backups Deine Backups Deine Festplatte tops Kannst mich jetzt nicht hängen lassen hier Ich kann keine Stips machen Hier Dings Wissen was wir machen können Ich kann man Dings machen Ich kann man Warte wo ist es? Hier den machen Den Warte mal hier Läuft heißt der Tanz Guck mal das läuft hier Guck mal das ist der Na was soll's Guck mal Ronja Okay alles klar warte Na was soll's Ich kann abgelehnt Das ist der Roboter schau mal Das ist der Roboter Das ist abgelehnt Oh guck mal ich kann Bauchtanz machen Ich hab jetzt den Leuten gesagt Dass die auf diesen komischen Dings Ja umsterspucken sollen Weil der Typ ist unhöflich Okay Ich mach ne Boden Kombo Ich glaub Ich glaub das ist Oh ja Ja Tops geh weg Ich bin hier grade am Breakdancen Bitte fahr nicht über mich drüber Und Eins So Und Zwei Ha Oh was? Und Drei Warte was? Wo hast du die gefunden? Und Vier Alter du Angeber Der Tanz den du vorhin hattest Zahnseide Ich warte untätig Oh Das was ich tatsächlich im Sportunterricht gemacht hab Ich war oft auf der Bank und hab Untätig gefeiert Ja weißt was ich gemacht hab Ich hab den Kampf bekommen Sportlehrer nicht Guck mal Ich hab keine Münze für den Ja Aber jetzt bekommst du ja Länger schon keine Krämpfe mehr Ist das korrekt? Wie Bad Boy The Bad Boy Tanz Du bist unklapp Ja Den hast du wenn du auf Boden schießt Boden schießen drückst Boden Du musst auf so ne Festplatte Was für eine Festplatte Du stellst Ok pass auf Du stellst dich auf so ne Platte Unten Achso wahrscheinlich weil alle voll sind Oh ja Und dann schießt du Und kriegst Punkte Das ist nicht so einfach okay Das ist ne Kunst für sich Flo ich hab Angst in dich reinzuschießen Ich nicht Lauf was Flo Tops Leute Ich hab schon 45 Punkte von 100 Wie viele hast du Tops Ich hab 40 Ja Dachte ich Oh mein Gott Kommt 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 Blöder Lehrer verdeckt mir die Sicht Dumme Ich sehe so nix Der soll weggehen Fertig Ronja Ich kann jetzt keine Punkte mehr erzielen Ich wollte Volle Punktzahl Das ist das Ey komm mit dir und es geht das Geld Warte Warte Danke für nichts Nies Fußball Ja Ronja nimm dein Skateboard Wo ist ein Skateboard Wo ist ein Skateboard Wie krieg ich ein Skateboard Drück mal auf dein Inventar Ich kann mein Fußball spielen Wo ist denn mein Inventar Auf den Rucksack Ah ok Welche sind die Boards Plus Äh ok Warte 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 Für 20 gibt's an Ich möchte gerne Das ultimative Slideboard Wo ist das denn Boah ich nehme jetzt auch nen Hoverboard Kerrig Oh ich werde gefallen Nein mein Bot Mein Bot ist Oh ok Nein du hast es bei dir Wir cruisen Wir cruisen Wir cruisen Achtung nicht zu schnell cruisen Oh mein Gott Tops würdest du sagen Du bist ein begenadeter Skater Oder Man merkt richtig das Berg abgeht Schau mal schau schau Ich stehe mich rein und ich sterbe Oh mein Gott Alter Ich rufe den kalten Wagen Oh schau mal Das ist wie ein Surfbrett Ist es auch Ist es auch Schau mal Können wir damit skaten Wir fahren jetzt runter bis zum Skatepark Wir sind ja quasi da Oh mein Gott Ja Oh mein Gott ich bin wie zu schnell Ehhhh Bist du wieder gefallen Flo Ok pass auf Ich gehe jetzt hier hin Hier ist eine lange Gerade Ja ja Außerdem ist hier der Skatepark Da wollten wir hin oder Ja warte aber ich kann nichts Bremsen ist ein kleines Problem Hast du es gesehen? Ich habe einen Stunt gemacht. Wie fandest du das? Hier kannst du surfen, hier ist ein Pool! Wo bist du denn? Was? Okay, warte, warte. Die Straße weiter geradeaus! Achtung, ich speede rüber. Hoppala. Ich speede zu schnell. Die fahren mich da nicht, müssen sie nochmal überarbeiten, ne? Was? Au! Oha! Okay, warte, ich glätter jetzt hier die Rutsche hoch. Ey, du willst super speed in der Rutsche, pass auf! Mit dem Skateboard? Oh! Auch ohne Skateboard? Auch ohne Skateboard. Das ist, ich habe früher mit meinen Lego-Figuren, da hatten wir auch so im Wasserpark. Da habe ich die auch rutschen lassen, die sind auch immer so gelandet. Oh mein Gott, man wird einfach da vorne katapultiert. Ich komme die Rutsche nicht mehr hoch! Lass mal zum Schwung zu kommen. Wieso? Die Rutsche ist zu. Ich will das Board nicht mehr. So. Warte, in der Mitte ist die Rutsche. Ich springe die Abkürzung. Kein Rennen. Kein Rennen. Kein Rennen. Kein Lehrer. Doch. Ich hatte nicht so viel Spaß beim Springen. Warum sind hier unten Bälle? Warte, ich habe auch nicht eh gedrückt. Ich bin in die Wand. Hast du eh gedrückt? Nö. Tobias! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Hast du gesehen? Ich habe es gesehen, Ronka. Ich heiße nicht Ronka. Tag! Ich chill jetzt hier. Und ihr so? Tops noch hier mit uns. Tops noch hier mit uns. Nein! Hilf mir! Tops, ich schlafe dich. Ich will mal sagen, es ist Abend. Lass mal schlafen gehen. Ähm. Falls ihr noch Roblox Spiele habt, ja? Die ihr empfehlen könnt. Wo ihr sagt, Ronja, das ist ein gutes Spiel. Spiel doch das! Aber auch wirklich solche Sachen, die man so schnell machen kann. Nicht so, wo man dann... Ja, wo man dann... Die... Die Spaß machen. Weißt du? Genau. Und nicht... Nicht Epic Minigames. Das ist nicht gut. Ich habe mir das angeguckt. Das gefällt mir nicht. So. Gut. Dann war's das. Macht's gut. Damit könnt ihr mir noch mal vorschlagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!